Bei mir dauert es noch, ich mache jetzt erst noch mein Öl, dann verkaufe ich das an alle Leute in der Welt und mache ganz viel Geld dort. Ja, also aktuell würde ich dir noch für Öl ein bisschen was geben, denn ich habe es glaube ich nicht. Aufgrund der Kohle, ich habe Unmengen. Ich habe auch neun und ne sechs habe ich. Ich habe 27. Hoppla. So, zwei Städte haben wir hier und fahren mit uns. Portum richten, vier Runden. Bitte Party. Hey, stopp ich. Achso, du bist so eine Marionette. So, nächste Runde habe ich die Oxford Uni. Sehr schön. Ah, endlich wieder im Positiven, was meine Zufriedenheit anbelangt. Vor allem ist das so verdammt wichtig für mich als Wissenschaftler. Dadurch habe ich jetzt sogar schon 436 Wissenschaft. Boah Junge, ich bin gerade mal bei 120 groß. 209, aber jetzt mit der Oxford Uni dürfte da ein bisschen mehr dran sein. Achte aber darauf, dass du die auch wirklich in der Stadt baust, die die meiste Wissenschaft produziert. Das ist nicht immer automatisch die Hauptstadt. Ja. Meine Hauptstadt produziert 129. Okay. Also, ja. Demnach, auf jeden Fall. Die... So, was macht die nochmal? Die macht plus drei Wissenschaften und eine Freizeit. Würdest du mir zwei Öl dann geben können? Für, keine Ahnung, fünf oder so? Äh, wann hast du denn dein erstes Öl? Äh, also Öl habe ich theoretisch schon auf der Karte, aber ich habe noch keine Kühltechnik, deswegen... Ach so, ja. Ich habe mein erstes Öl in, ähm, vier Runden, glaube ich. Okay, dann mache ich jetzt doch erst was anderes. Aber, ne, nach der Runde in drei Runden dann. Aber... Würde ich machen, auf jeden Fall. Kein Problem. Ich guck dann noch, ob ich auch wirklich damit Schlachtschiffe bauen kann. Wenn ja, dann dürfte es endlich mal so weit sein, dass Japan vielleicht fällt. Mal schauen. Hm. Oder zumindest, äh, die Hauptstadt Japans. Ich würde gern Edinburgh einnehmen. Ich darf es nicht. Die haben Öl. Ich darf es nicht einnehmen. Pech. Okay. Mal sehen, statt mal... Obwohl, warte mal. Ich habe Almorte und ich habe... Okay, kannst du doch einnehmen. Ich habe E2 Kriegsstädte. Könnte ich. Rein theoretisch, ja. Okay, muss aber nicht unbedingt sein. Na, ich glaub... Hier Karl-Marx-Stadt, Rom. Rom muss man so lassen als Hauptstadt. Das darf man nicht, darf man nicht ändern. Das habe ich mir auch gesagt. Das gehört sich einfacher. Ich bin gerne nicht zum Freund vom Städte- und Benen. Ich habe... Meine Hauptstadt ist Löffel 31 und wir haben plus 13 zufriedenheit. Und die wächst immer weiter. Ich habe schon gesagt, meine 17. So... Hat die noch was zu bauen? Hm... Ich bin mir rein theoretisch gar nicht so sicher, ob das zu vorteilhaft ist, was ich hier mache. Was? Im speziellen? Dass ich im Prinzip... Dass ich im Prinzip mein Reich jetzt in zwei Teile gesplittet habe. Ja... In Civilization 4 und 3 hätte es Probleme gemacht, aber in 5 ist es eigentlich kein Problem. Ne, ich meine das auch kriegstechnisch nachher. Ja, das ist... Äh... Vielleicht... Ne, vielleicht das stimmt. Allerdings... Jeder hat eine Insel, also... Irgendwie ist es immer gesplittet. Ja, okay, stimmt. Wollt ihr weitermachen irgendwann? Ich warte... Oh, nur Momento. Ah... Okay. Wie lange braucht der Eiffelturm noch? Zwei Runden. Habe ich in meinem Notizbuch eigentlich irgendein Thema aufgeschrieben mal, wo du mal reden könnt? In einem Notizbuch? Wirklich? Oder... Ja, ich habe immer sicher, ob so ein Notizbuch da kritzlich alles möglich ist. Nein, was mir dazu einfällt. Leben auf anderen Planeten. Okay... Ähm... Wie wäre es mit einem echten Thema? Obwohl, ganz ehrlich, ich bin... Ähm... Da kann ich mich dran erinnern. Ich habe mal in der Schule, äh... das als Lösung für die Überbevölkerung genannt. Allerdings schon vor ein paar Jahren. Ähm, es gibt doch... Es gibt doch so eine Menschen... Ich glaube, das war... Ja, es gibt so eine Menschen... Das ist unsere Aussage... Äh... Ich glaube, das war letztes Jahr oder so. Der, äh... Wollte... Letztes Jahr hat das Menschen gegeben, ja. Ja. Haha... Der wollte doch irgendwie so einen Flug zum, äh... Maus machen, oder? Sehe ich das richtig? Richard Garrion? Also, der wollte so einen... Das... Ja, kann sein. Ich bin mir da nicht mehr sicher, wie der ist. Also, der Richard Garrion, ich bin grad auch nicht sicher, ist der Entwickler von Ultima und ist so ein wahnsinniger Weltraum-Fan. Der war, glaube ich, schon mal... Also, der hat sich schon mal einen Weltraum-Flug gekauft, auf jeden Fall. Ach ja, das... War das der, von dem ich da gelesen habe? Ich glaube... Ich weiß nicht, also... Das... So viel Geld, glaube ich, hat der dann doch nicht. Ähm... Ich hab ne freie Technologie, okay, ich muss Dünger nehmen. Scheiße. Aber das würde mich echt interessieren. Würdet ihr, ähm, wenn's das finanziell für euch in der Möglichkeit stünde, äh, so einen Weltraum-Flug auch machen wollen? Interessiert euch sowas? Ähm, man... Ich glaube, man muss nicht nur aufs Finanzielle schauen, man muss ja auch, äh... Da gibt's doch irgendwie sowas, wenn man irgendwie so plompen oder sowas in den Zähnen hat, die zieht sich ja alle raus, wenn du das im Wetter bist oder sowas gar... Naja, aber die würde ich dafür rausnehmen lassen? Weiß es nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ich würde auch... Ich würde auch mit auf dem Mars fliegen. Also, ich... Es gab ja damals... Diese One-Way-Mission, die jetzt... Ja, genau. Es gab ja damals diese... Diese One-Way, äh, to Mars oder so... Das gibt's immer noch. Das soll jetzt ein paar Jahren starten, Angel. Ja, eben. Sie schlagen mich dort. 2020. Ähm... Da hab ich mir echt gedacht. Also, ich... Ich persönlich würde sogar mitmachen. Ähm... Ich hab kurz, äh... Problem mit der Aufnahme gehabt, nur so... Für meine Zuschauer als Info. Ui. Ist nichts passiert. Oh, wow. Ist grad viel passiert. Ey, ist das krass? Ich hab... Ich hab grad plus 12 gekriegt, weil meine ganzen... Abmachungen abgelaufen sind. Ich glaub, da hab ich mir irgendwie selbst ins Bein geschossen mit den ganzen Abmachungen. Ähm... Ach, Quatsch. Ich... Ich hab grad plus 3 Zufriedenheit. Minus 2 Zufriedenheit. Aber ich... Aber ich... Aber ich... Aber ich habe... Aber ich habe gerade... Ohne ein goldenes Zeitalter plus 91 Gold pro Runde. Das ist nett. Das kann man... Ähm... Ich mach jetzt mal einen Vorschlag für den Marmor. Äh... Du kannst hier dann Bescheid geben, was du da dafür bist. Ähm... Wenn du so viel Geld hast, nämlich... Hast du Lust auch mir 10 zu geben? Ja, von mir aus komm. Wow. Wird zwar mit der Zeit... Wird zwar mit der Zeit dann viel, aber das macht nichts. Aber dafür nehmen wir auch gleich ein Verteidigungsbündnis. Forschungsabkommen. Willst du auch eins haben? Oh ja. Ja, mach. Ja, mach. Forschungsabkommen. Auf jeden Fall bin ich... Bin ich dabei. Und auf ne Grenzen. Und so. Ähm... Dave, weil du gerade so viel Zucker hast, kann ich dich für einen Zucker überreden? Natürlich. Willst du dafür? Äh... Ich hab nur einen Zucker, sorry. Ähm... Hast du den Vorschlag? Schick den Vorschlag mal nochmal, bitte. Ich bin grad wirklich... Also... Ich behalte's mal noch. Ich geb dir, sobald ich eine extra Ressource hab, gerne was. Schick mir mal. Aber ich bin jetzt zum ersten Mal wieder in richtigen, zufriedenen Filmen. Das will ich jetzt zumindest ein paar Runden so lassen. Ah, okay. Dave, schick mir mal den Vorschlag. Nee, nee, ich... Ich bin das grad bisschen. Ja, ich glaub, ich kann annehmen. Moment. Ja. Wo sehe ich eigentlich alle meine Luxusressourcen ein? In der Diplomative-Übersicht. Diplomative-Übersicht, achter. Also ich bin ehrlich, ich geb mich auch mit 85 Gold in ne Runde zufrieden. Da hab ich auch kein Problem mit. Oh, kann man machen. Marco, ich will von dir wieder ein bisschen Gold, gell? Wär, wär super. Ich würd dich bitten, jetzt nicht unbedingt 10 Gold in ne Runde zu verlangen. Das wär echt nett. Ja, aber... Hast du eigentlich ein Luxusrissgute, nicht, das ich brauchen kann? Ich hätt Perlen, glaub ich. Das ist Perlen. Hä? Wirklich? Warum die Leute denn die Perlen nicht? Ich hab zwei Perlen vor meiner Küste, die bauen die einfach nicht ab. Ja, du brauchst Arbeitsboote dafür. Ja, das fällt mir gerade auf. Geil. Da kauf ich erst mal zwei, würd ich sagen. Das macht Sinn. Das kann ich leider nicht in eine Runde. Egal. So, nächste Runde. So, die Stadt darf jetzt erstmal bauen, bauen, bauen. So. Also, ich bin, ich bin momentan, ehrlich gesagt, richtig, richtig zufrieden. Das wär ich an deiner Stelle, glaub ich auch. Aber, oh man, ich bräuchte jetzt grad so Öl, verdammt. Ich hab in einer Runde Öl. Okay, also... In einer Runde schick ich sie rüber. Okay, dann, also für ein Öl, wir wollen ja so ein bisschen in der realen Welt bleiben, geb ich dir dann natürlich auch Gold pro Runde. Ja, 1000 Gold und 100 Gold pro Runde. Kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir nicht eine Zahl davon leisten, sogar. Ja, das ist klar. Das ist viel zu viel. Egal. Der Japaner hat schon wieder Siedler. Es gibt mittlerweile doch gar keinen Platz mehr. Doch, da oben könnt ihr noch hinbauen. Na, ich glaub... Das macht er aber hoffentlich nicht. Oh mein Gott. Ähm, Dave, falls du einen Platz willst, wo strategisch zweimal Öl ist und einmal Edelsteine und einmal Schafe oder sowas, gell. Ich, äh, hätte einen zu empfehlen. Okay. Ich sehe keinen unbedingt. Ne, 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 das kostet gar nichts. Der ist nur da oben. Der steht da nur rum und ich hab keinen Bock mehr jetzt unbedingt grad Siedler zu bauen. Oh komm, scheiß drauf. So. Kann ich Tyros irgendwie sagen? Nein, wird der... So, heil dich. Heil dich. So. Das ist blöd, ich weiß jetzt nicht. Wenn ich jetzt Tyros sage, soll man keine Einheiten mehr geben, geben wir denn auch keine großen Persönlichkeiten mehr? Ne, ich glaub das zählt nur für militärische Einheiten. Okay, weil dann sag ich jetzt meinen beiden Städten da, ähm, bitte mal abschalten. Kannst ja mal den Japaner fragen, ob der mit dir bis in Öl handelt. Ja, wahrscheinlich weniger. Willst du mir nicht Öl geben, damit ich dich versenken kann? Danke. Ja, der Japaner hat 19 Öl, also pfff. Verdammt, wenn der schon 19 Öl heilt, das heißt der ist schon bald so weit wie ich mit dem... Verdammt, ich muss mich jetzt echt beeilen. Ja, nächste Runde, nächste Runde geb ich dir Öl. Ich hab sieben Öl, dann wie viel brauchst du denn dann davon? Ähm, also zwei würden erstmal vollkommen ausreichen. Ja. Ich hab sieben Öl, dann brauchst du acht. Ich sag dir, wenn ich dann nicht endlich mal dieses blöde Kyoto angreifen kann, ich flipp aus. Ja, wie viel Öl, da drei Öl. Allerdings hab ich mich auch beim ersten Angriff echt schrecklich angestellt. Konto sind mir jetzt wichtiger. Goldenes Zarate. Ich hab jetzt mal einen großen, ähm, Architekten dazu benutzen. Goldenes Zarate zu machen, wenn mir das gerade näher bringt. So Dave, dann wünsch ich dir viel Spaß mit deinen drei Öl gleich. Oh yeah, den werd ich haben. Insofern meine Arbeiter jetzt fertig sind. Dann mach mal Spack, das hör euch ein wenig. Aber eigentlich sollten die jetzt fertig sein. Also, aber heute gehen die Ladezeiten noch relativ schnell, oder? Also schnell ist das. Relativ, ja. Zumindest. Alter, der Typ hat Probleme. Jetzt hat er Sapporo auch noch gegründet. Wow. Alter, hier biefen sich gerade Tyros gegen Helsinki. Das ist lustig. Das macht Spaß. Dave, du musst dich enttäuschen, du musst dich dort noch eine Runde gedulden. Keine Runde, ich hab mich um eine Runde vertan. Das tut mir leid, du. Aber ich denke ja, nächste Runde brauche ich erstmal Fabriken. Da hole ich mir erstmal die Produktion in jedem Ding raus. Na gut, ich könnte natürlich jetzt Helsinki einnehmen. Das wäre auch taktisch klug, weil ich da gleich mal Fläche auf Japan hätte, der entfällt. Und da hast du mit dich dann Edelfenbein. Moment mal, also ich krieg, ich krieg in meiner Hauptstadt. Ja okay, dann krieg ich einfach mal kurz knapp 30 Gold mehr. In drei Runden, weil ich einfach zu büren bin, in meiner Hauptschein eine Bank zu bauen. Man, man, man. Ich sag euch, das ist hier echt ein kalter Krieg ohne Ende. Nix passiert und alle sind gespannt, bis die Bombe fällt. Ja. Na, hat ja Nagasaki Neulgrün, vielleicht fällt es ja noch. Die Rorschim habe ich übrigens immer noch nicht gefunden. Ja, wahrscheinlich hat er es nicht. Hat es existiert? Vielleicht ist es natürlich auch im Spiel selbst nicht drin, um irgendwie so ein politisches... Aber Nagasaki schon. Ja, aber dann darf man Nagasaki auch nicht reinmachen. Ja, eigentlich. Ja, Nagasaki ist halt auch eine extrem große Stadt in Japan. Ach, naja, keine Ahnung. Ja, Hiroshima ist jetzt auch nicht gerade klein. Naja, es war mal... Wien und Pea sind nicht mehr verbündet. Aha, ja, geil. Sollen wir das jetzt bitte sagen? Okay, wir kommen doch her. Ich wollte eigentlich jetzt wirklich, wirklich, wirklich zuerst auf die Artillerie gehen. Aber ich sehe, dass ich hier mehr Geld bekomme, also gehe ich auf Geld. Geld ist immer gut. Geld ist immer gut. For money. Ist so funny. Boah, ich habe hier zig Einheiten rumstehen und... Ich zahle euch gerade immer noch Gold, oder? Ähm, ja, glaub. Okay. Wobei, ich muss sagen, das Money Lied von Pink Floyd finde ich besser. Ähm, ähm, wer wollte denn von euch perlen? Ich. Ja, wollen? Immer. Aber das hat sich, glaube ich, jetzt eh schon erledigt, nächste Runde. Ja, nächste Runde hat sich so erledigt. Okay, ähm, Dave dann, ich hätte Perlen da. Und, na, dann warten wir noch eine Runde, dann gebe ich dir das Öl gleich mit. Gut. Okay, habe ich irgendwas an Luxusgütern? Ne, ich habe schon geschaut. Komm, scheiß drauf. Grönne ich jetzt in der Stadt hier, in meiner Insel. Also, ich hätte noch Eisen, aber da aus dem Zeitalter sind wir ja lange raus. Jo. Ich versuche, Dave, ich zähle dann halt auf deine Unterstützung und dann später noch im Late Game dann. Einer nicht mehr. Wenn du dann mit deinen Kampfhubschraubern ankommst und ich renne noch mit meinen Schützen dann im Schützengraben. Ja, wobei, ich muss sagen, meine Wissenschaft stagniert. Ich bin immer noch bei 434. Also, ich muss ehrlich sagen, meine Wissenschaft geht momentan wieder ein bisschen, echt ein bisschen hoch. 246 mittlerweile. 147 bin ich. Ah, ich habe auch immer noch den Produktionsfokus, kein Wunder. Jetzt, äh, jetzt geht's wieder hoch. Auf was bin ich denn in meiner Hauptstadt? Ja, auf Positionsfokus. Deswegen brauche ich so schnell was, wenn ich auf Breitfokus gehe. Ja, das bringt nichts. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich warte. Okay. So. Ich bin auch dabei. Ja dann. Weide. Weide, weide, weide. So, jetzt habe ich 520. Was brauche ich denn, was brauche ich denn, damit ich so eine Öl-Öl-Plattform bauen kann? Kühltechnik. Und Kühltechnik und ein Arbeiterboot. Ja. Wie Technik da oben? U-Boot, äh, hör mir auf. Ihr segelt eine Fregatte des Craft Gunners durch. Wo? Wo sind wir denn? Da, hier. Hier, doch. Ach ja, da stehe ich gerade ein bisschen. Ich muss mein Headset anstecken. Wieder mal. Oh, meins ist schon angesteckt. Ich lehne mich jetzt ein bisschen nach hinten. Wenn ich mich nach hinten lehne, hört es sich an, als ob ich gerade mein Dach über mich wegbrechen würde. Schon 1898, mein Gott. Aber gut, ich bin ja auch in der Elektronik dran. Also, wenn ich ehrlich bin. Boot umrichten. Darf ich das jetzt? Ja. Ähm. Da. So. Dave, dann werden wir mal der, ähm, Ding raus. Oh, yeah. Das ist, das wird mir helfen. Das wird mir echt richtig, richtig helfen. Und nun habe ich die Kerlen. Richtig helfen. Dank Sydney. So, und ich könnte mir jetzt auch so eine riesige, geile Karte helfen. Wieso hast du eigentlich schwer über Sydney? Alex? Ich? Ja. Warte, wo? Ach, die habe ich gesucht vorher. Ah, über Sydney. Ja. Das weiß ich jetzt. Ähm. Damage. Egal. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das am geschicktesten. Jetzt muss ich kurz ein bisschen mit meinem Stuhl davon rutschen. Hoppla, so. Das tut mir natürlich leid, ein wenig. Aber nur ein wenig? Ja. Nur, nur ein bisschen. Aber. Ne, wollte ich jetzt gar nicht bauen. Ich brauche hier, wie schnell hier in meiner Hauptstadt gerade die Sachen produziert werden. Das ist übel. Ich glaube, ich habe einen Produktionsfokus. Jupp. Jupp. So. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Vielleicht irgendwo noch irgendwas bauen? Nee. Nee. Nein, oder nicht. Öl legt hier auch nirgends mehr rum. Ich hätte gerne noch ein bisschen Öl. Ein bisschen mehr Öl, wenn ich ehrlich bin. Also wenn du willst, kannst du bei mir dann auch so einen Turm bauen. Dafür würde ich dir natürlich auch was zahlen. Was meinst du, wie so ein Turm? Du könntest rein theoretisch ein Arbeitsboot zu Freiburg schicken, da einen Ölturm errichten und ich würde dir dafür Geld geben. Aber. Wie sieht das eigentlich im Zucker aus? Brauche ich da nicht auch Kühltechnik dafür, oder? Ja, dafür brauchst du Kühltechnik. Achso, du hast dein Öl auch auf dem Land, okay. Ich habe auf dem Land, ja. Ähm. Dave. Naja, habe ich. Achso, du hast mir was gemacht. Nee, was ist? Na, ob du mir Zucker schicken kannst jetzt. Achso, ähm. Ja, du hast ja Gold. Können wir machen. Wenn. Also ein Gold gibst du mir dafür, oder? Gib ich dir, ja. Dann können wir das gerne so machen. Ja. Oh, 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 oh. Dann habe ich jetzt Perlen und Zucker in dieser Runde. Errungen. Das heißt, zwei Städte sind glücklich. Yay. Leute. Also ich muss sagen, das hat mir gerade echt richtig geholfen. Was ist das? Nee, das Öl und die Perlen, weil Perlen haben meine Leute auch gewollt. Ja, ich habe es jetzt halt durch Sydney bekommen. Habe ich ihm 500 Gold zugesteckt und geben sie mir jetzt Perlen. So lange wir verbunden sind. Das ist doch fair. Ja. Ich frage mich immer. Ich habe eine große Persönlichkeit. Sydney wünscht die Ressource Seile, die habe ich eh. Bata liebt den König für Perlen. Korfin liebt den König für Zucker. So, meine Leute, automatisiere ich mal. Darf ich noch eine Produktion wählen? Fabrik, 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 Fabrik. Oh ja, das empfehle ich dir. Stark. Oh, und der hat Kanonen. Was für ein Arsch. Für ein A? Ja. Für ein A. Ja. Ja, ja, immer. Ja, ich habe noch mit dir Seiden am Lauf. Seiden am Lauf. Ähm, ja. Ja, da etwas warten, aber das erlegt sich dann von selber. Wunderbar. Okay. Hi. Nächste Runde habe ich eine Fregatte. Ja. Mein goldenes Zeitalter ist aus und ich mache noch Plus und das gefällt mir. So, hier rennt, ach, Argos hier. Dundidum. Athen. Ähm, ich habe hier gerade das Great Barrier Reef entdeckt. Echt? Habe ich noch gar nicht. Ja, das ist unter Argos. Mhm. Zweimal sogar. Zweimal, ja. Ich weiß. Geh, zweimal. Oh, ich bin hier echt, äh, nicht groß. Oh, ich bin hier echt, äh, nicht groß. Aber das liegt nicht am Festglappenspeicher. Das dauert so ein Schatz. So, warte, dann mache ich kurze Kart. Hier, äh, was haben wir? Eine Stunde 54. Dann kann ich die Datei gleich exportieren. Passt es bei dir noch? EF? Ähm, müsste ich raustappen. Mhm. Aber eigentlich habe ich noch mehr als genug. Ich habe alles vorher gelöscht. Da läuft es noch, das sehe ich, ne? Einsen, zwei, vier. Kann das kurz dauern, indem wir schauen, wenn das abgeboren ist? Oh, wow, mein... Ach, wow, vor fünf Minuten, das macht auch nichts. Wie man eigentlich, wie ihr eigentlich immer Glück damit habt, was wenn eure Aufnahme auch abbricht. Abbricht. Dass es eigentlich nicht lange ist. Das stimmt, gell? Eigentlich kann es ja mal passieren. Ich muss ja mal schauen, an was das jetzt liegt. Und speichern... Normalfall nicht? Nö. Ich habe nur 800 Gigabyte frei. Vielleicht bist du aus Versehen auf den Aufnahmekauf zu kommen. Egal, machen wir weiter. Egal, machen wir weiter. Ich möchte mich kurz raustappen. So, dann starte ich hier mal meine Aufnahme neu. So. Drei, zwei, eins. So. Für meine Zuschauer geht es jetzt auch weiter. Ich dachte mir, fünf Minuten waren das unglaublich spannende Schwierigkeiten. Ich habe gar nicht gewusst. Ich habe das Great Barrier Leaf entdeckt, ey. Ihr habt so viel verpasst, ey. Meine Städte sind gewachsen. Zehn Level. Keine Ahnung, da war einfach nichts los, wie immer, eigentlich. Richtig, gell, verdammt ruhig. Das muss man schon sagen. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist gutes Aufbaufase wieder. Sehr wichtig. Aber bei mir geht auch so generell wenig voran. Wie sagen. Ich will komm mal die Nahrung steigern von meinen Städten. So. So, jetzt kriege ich dann erstmal wieder in der öffentlichen Schule. Was bringt denn die Wissenschaft? Wissenschaftlerplätze plus eins Wissenschaft für jetzt zwei Bürger in dieser Stadt. Sehr gut. Wunder. Wunder. Ich blicke auch an, wie ich schon wieder auf den Knopf kommen konnte, dass ich die Aufnahme ausgemacht habe. Hm. Und dein Aufnahmeknopf. Entel. Vom Numpet. Ah. Numpet. Vom Numpet. Vom Numpet. Bei mir ist es Y. Und immer wenn ich LoL spiele, nehme ich immer aus Versehen auf. Ja. Weil ich immer so oft schreibe. You suck. You noob. Hehehe. Learn to play. Hehehe. Hehehe. Okay. Nächste Runde. Ich bin aber auch blöd, warum mache ich nicht einfach Fraps aus? Nein, 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 nein. What the fuck, Aldo? Das ist mir, wenn einem im Whatsapp jemand so eine Soundnachricht schickt, ja? Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. So, weiter geht's. Panzerschiffe nächste Runde. Ja, geil. Was? Panzer? Panzerschiff, ja. Ah, Panzerschiff. Okay. Hast du jetzt genommen. Ja, Panzer. Oh, eine große Persönlichkeit wurde geboren. Bei mir auch. Zwei große Ingenieure. Zwei auf einmal? Ne, ich hab einen. Sehr geil. Und ich kann mit keinem was anfangen. Ähm, kleine Preisfrage. Diese verfolgen zwei, ähm, Karavellen aus Sidon. Ein, ein Stadt, ein Stadtstaat. Eine, eine italienisch wollte ich um zu sagen. Eine, japanische Karavelle. Weil die aggro sind auf die. Man weiß es nicht. Offenbar. Jetzt habe ich die japanische Karavelle mit einem Schuss, ähm, versenkt. Ich hätte zur folgende Idee, ich werde die, eigentlich die versenken wollten. Da stehen jetzt die EP geklaut. Wer fährt die Karavelle einfach durchs Land durch? Das hat das ausgesehen. So geil. Wie, Verbandseinheit bewegen? Ich will den nicht bewegen. Bibliothek in der neuen Stadt. Ach, der kann eine Fabrikanlage errichten. Wer? Der, der große, große Ingenieur. Ja. Ja, aber bringt's jetzt nicht so. Äh, nicht Technologie. Ja, aber bevor er rumsteht, wenn ich ehrlich bin. Technologie. Technologie. Also. Ich nehme jetzt meine, ähm, großen Ingenieure nur noch für goldene Zeit ab, ein bisschen. Ich würde auf jeden Fall abwarten, bis du ein Wunder bauen kannst damit. Ich kann sowieso kein Wunder mehr bauen. Das nächste, eigentlich bin ich soweit in der Technologie hintendran, das ist mein Problem, dass das nächste Wunder, das ich bauen könnte, wäre. Warte. Ich könnte hier Christo Redentor bauen. Ja, das wirst du nicht schaffen, das ist nämlich in vier Runden bei mir fertig. Eben. Ich, ich hab hier gar nichts. Ich hätt hier. Und als. Oberhaus. 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 Nee, aber wir brauchen auch 40 Runden. Ja, und das mach ich auch gleich fertig. Also nicht fertig, aber in sechs Runden oder so. Also lang dauert das dann auch nicht mehr bei mir. Na, also so schnell bräuchte ich da eigentlich nichts. Ich hab jetzt erst mal Elektrizität. Ja, da kriegst du die mechanisierten Einheiten, die sind echt stark. Was krieg ich da? Äh, wie heißen sie? Mechanisierte Infanterie. Mechanische. Die günstigste und beste Einheit im Spiel. Also die beste Preis-Leistungs-Verhältnis-Einheit, sagen wir so. Echt? Ja, mit Abstand. Wo liegt eigentlich auf Sidon gerade mal so als... Aber das steht da nicht dabei, oder? Was? Bei mir steht nur dann, dass das Aluminium auf der Karte angezeigt wird. Und dass sie eine Pause bauen kann. Elektrizität, ähm, die mechanisierte Infanterie kommt erst viel später. Ja, ich dachte Elektrizität wär Elektronik. Also... Elektronik ist die mechanisierte Infanterie. Heißt Sidon. Wir sind ja einmal um die gesamte, um die halbe Weltkugel gefahren. Nur wegen dieser japanischen Karabelle. Und wir sind ja erst einmal im Klage. Ich bin ja auch immer im Klage.